Bei ihrer vergangenen allsonntäglichen Ausgabe des ZDF Fernsehgartens schritt die 58-Jährige zur Begrüßung wie so oft frohen Mutes durch das rhythmisch klatschende Publikum. Als Kiwi bekleidet mit einem knallgelben Zweiteiler einen Mann erblickte, der ein Schad in derselben Farbe trug wie sie, hielt die Blondine neben ihm an. Die ehemalige Leistungsschwimmerin legte den Arm um ihn und erkundigte sich nach dessen Urlaubsplänen. Dabei fasste ihr der Fehn vor laufender Kamera leicht, aber wohl unabsichtlich an den Po. Frei heraus kommentierte die Moderatorin den Vorfall mit den Worten, eh, sie haben mir an den Po gefasst. Anschließend biegste Kiwi dem Forschenmann in gelb neckend an den Bauch. Kurz schien sie etwas irritiert zu sein, fuhr anschließend aber gewohnt souverän mit ihrem Programm fort. Dem Zuschauer war die Aktion jedoch sofort peinlich, mit schamverzerrtem Gesicht blickte er in die Kamera. Im Rahmen des sogenannten Dedis-Lunch der Haarwerk-Zwillinge Hati, 54, und Aische, 54, den Kiwi am gestrigen Dienstag in Frankfurt moderierte, nahm sie nun noch einmal Stellung zur, Vorsicht Ironie, Grabschattacke vom Sonntag. Der Wal-Israelin, die vorher lange im Frankfurter West entwohnte, tut der Mann ein wenig leid, denn der Vorfall war ihrer Meinung nach keineswegs absichtlich, ach, der arme Kerl. Das war ja nicht wirklich betatscht. Es ist doch so, wenn einer steht und der andere sitzt, dann berührt man sich eben ganz komisch. Alles halb so wild also. Viel aufregender verläuft dagegen Kiewels Karriere aktuell, denn die TV-Größe kann sich vor Jobangeboten kaum retten. Ihren geliebten Fernsehgarten würde sie aber niemals eintauschen wollen. Braucht sie auch gar nicht, wie sie weiter erklärte, ich habe doch einen 4-Jahres-Vertrag.